Kommunale Grundstücke gehören der Stadt und damit uns allen. Wir sollten also wissen, welche Grundstücke sich in unserem Besitz befinden. Dank den Piraten wissen wir jetzt, welche Grundstücke das sind. Also, auf geht's! Wir sind hier auf der Königsbrücker Straße 8, hinter dem Jugendamt. Hier ist eine riesige grüne Freifläche und die eignet sich super dafür im Zusammenhang mit dem Putsigelände, was ein Stück weiter ist, ein soziokulturelles Zentrum daraus zu machen. Das ist das Gelände Altrachau 45. Hier stehen ein paar Baracken und Buden drauf. Das Gelände gehört ebenfalls der Stadt und hier wäre doch ein schöner Spiel- und Bolzplatz angebracht. Wir sind am Amphitheater bei der Waldorfschule. Hier ist ein super Ort für Konzerte, für Theater und andere Veranstaltungen. Wir befinden uns hier an der Leisniger Straße, Ecke Wurzner Straße. Hier ist ein wunderschöner Parkplatz. Das Grundstück gehört der Stadt. Warum nicht eine grüne Anlage daraus machen? Dieses Gebäude hinter uns oder zumindest das Grundstück darunter gehört der Stadt Dresden und es muss nicht leer stehen. Hier könnten super Ateliers und Werkstätten rein. Wir sind auf der Meschwitzstraße 16a im Industriegelände. Dieses Gebäude ist voller Proberäume, aber total unsaniert. Zumindest das Grundstück gehört der Stadt Dresden, also gibt es hier einen schönen Hebel, wie dieses Gebäude saniert werden kann und die Proberäume warm werden. Jetzt befinden wir uns am Neutowitzer Ring 137a. Hier befindet sich eine Kita und direkt daneben ein Grundstück, was auch der Stadt gehört und ungenutzt ist. Das wäre doch super, das mit an die Kita anzuschließen. Wir sind auf der Leptauer Straße 32, das sogenannte Haus F. Hier lassen sich super Proberäume, Ateliers, Werkstätten, ein kulturelles Zentrum einrichten. Wenn ihr selbst Ideen habt oder einfach mal schauen wollt, dann besucht die Karte und lasst uns ein Feedback da. 2 3 4 4 5 6 6 9 10